hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge green hell ja diese haben wir in der letzten folge habe ich hier mal den stapel neu erstellt und was habe ich noch gemacht? ah ja Pfeile habe ich neu gemacht bin jetzt gerade dabei den Ofen zu befeuern hier dass der mal wieder ein bisschen kohle generiert und ich habe auch eine idee bekommen wenn ihr das nicht so schlimm findet würde ich lieber die herausforderung nonstop spielen sag ich mal bis ich das alles geschafft habe und dann wieder weitermachen mit den normalen arg sag ich schon mit den normalen folgen hier weil so viel habe ich ja nicht mehr zu tun ich kann ja nicht mehr überall auf der ganzen insel weiter bauen weil das bringt nichts einfach ich könnte zwar hier alles mögliche zubauen überall und hast nicht gesehen aber das ist ja was soll ich sagen ist ja eigentlich trotzdem immer doch dasselbe alles und dann würde ich lieber eher warten auf den auf die storyline könnt ihr mal in den kommentaren schreiben ja ich mache hier einfach weiter bis bis ende offen ich weiß ja gar nicht ich muss mal irgendwas gucken optionensteuerung tastenbindigungen wie man das messer zu sich nimmt auf 1 2 3 4 ach so ja stimmt man sieht nirgendwo wie man das messer in die hand nimmt nimmt bei 1 axt 2 3 und 4 das ist werfen kann nirgendwo das messer in die hand nehmen ich habe dafür die taste gefunden wie ich die fps anzeigen kann 30 fps habe ich gerade mal hier was hat denn ja durch das an da sieht aber meine meine specks meine meine grafikkarte mein pc mein 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 prozessor mein ram und meine auflösung gut weg dass die taste der öl falls es jemand interessiert könnte ich vorher auch noch gar nicht muss sagen das messer kann man sich nicht in die hand nehmen also das ist wie soll man eigentlich das messer gehen weil es gibt ja hier moment hier freuste logisch und die klingen dass wenn man das aber nicht braucht oder wenn man das nicht nicht benutzen kann dann wieso ist das da drin was der ich mit sperramen schon mal 44 das geht eigentlich schon handwerk auch feuer machen 28 33 korra schon alles viel gemacht haben fischen müssten wir noch halten und werfen und sperrfischen jetzt ist er weg jetzt habe ich schnauze voll ich muss dich mal schlagen dann halte ich halt gegen die steuerungstaste gedrückt steuerungstaste das muss ja auch mal gemacht werden tut mir leid michael angelo aber du hast ja eh einen panzer da kann ich nämlich mal die eingeborenen jagen und den mit den fäusten zeigen wo der fröscht die locken hat oder auch nicht tut mir leid tut mir leid fäuste 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 14 von 100 das in der kurzen zeit tschuldigung tut mir leid michael angelo da haut sich das einer rein das war eh was essen also ich hab ja essen bei auch nicht weg also auf 150 müsste ich eigentlich mittlerweile kommen dann ne mit dem mit der mit der shieldi das tut mir richtig leid das tut mir richtig leid ich versuchte es immer wieder weg zu kommen hier jetzt greift sie an morgen ist sie da jetzt geht das schon langsamer mit den punkten das hier wollte ich heute mal sehen wie viel 33 tut mir leid schulie tut mir leid schulie ich bin gerade im lauf jetzt wird pro trommelwirbel nur noch 33 ja nur noch 2 vielleicht bis 40 und dann würdest du noch einmal in 10er Schritten gehen ja 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 könnte einem echt leidtun neunmal noch neunmal dann hat es geschafft also kommen dann natürlich auch auf 100 kommen es geht schon langsam schwere schwerer mal noch zwei mal noch einmal noch ein einziges mal und dann hat es geschafft jetzt wüsste ich es geschafft haben 50 jetzt geht das auch mit dem werfen tatsächlich heißt du kannst die ganze zeit auf die rumwerfen macht damit dass wir das werfen das war das echt hammer ich habe nicht getroffen bleibt in einem loch sonst noch arme nur nicht zu früh drücken dann sammeln das aussieht muss er dann auch treffen ich habe keine lust mehr hier zählt zum beispiel nicht also muss ich schon die schildkröte nehmen zum üben ich würde es ja auch gerne alle mal auf 100 machen damit man so mal gucken kann vielleicht gibt es ja auch ein erfolg oder so klappt nicht flussleben machte stand das schon immer da wusste ich gar nicht noch nie gesehen was machst du da ich fände es ja auch besser wenn ich glaube das kommt vielleicht sogar auch wenn ich das so richtig verstanden habe wenn das alles so ein bisschen marode wird mit der zeit dass man leben nachschippen muss manchmal es wäre natürlich extrem dann hat man auch wieder den dann hat man das dass man das öfters machen muss dass wenn er jetzt so wie ich jetzt das gebaut hast dann ist ja nichts mehr dann war es das ja aber auch sehr nichts mehr zu machen ja sozusagen hast du alles schon geschafft was er schaffen wollte ich habe ja alles stehen alles ich brauche ich habe sogar patronen ich habe zwei waffen ständer ich habe ein lager ein haus mit bett mit kochstelle küche schlafzimmer lagerraum oder aufenthaltsraum wie auch immer leider gibt es keine spiele oder tische das müsste man auch noch ein patchen und so weiter und sofort aber muss mich mal waschen ich bin der rotzendreckig so haben heute wieder viel geschafft eigentlich nichts verdienen ist immer noch brauchen und wir haben uns skill hochgebracht von den fäusten und uns geht immer noch für die letzten paar minuten noch nehmen könnten ich würde hier den nehmen aber kommen wir haben extra sogar voll fand ich gesehen sperre 44 kochen feuer machen handwerk da will ich aber den die die billig dinge vernehmen aber fischen dass das werde ich auf jeden fall machen werfen habe ich jetzt auch noch zwölf das ist der hammer leute dann würde ich sagen wir haben zwar noch keine volle stunde aber ich wünsche euch einen schönen tag noch denkt daran schreibt man den kommentaren wie ihr das seht ob ich nur noch die herausforderung machen soll weil die herausforderungen die die bringt auch noch die ist die die ist richtig hammer richtig hart und wird einiges an zeit fressen von daher würde ich fast schon vorschlagen ich mache nur noch die herausforderung ab nächstem hole damit wir da dann aber zum ende kommen bis zum fünften september da kommen wir danach noch ein oder zwei glaube ich und entscheidet darüber schreibt in die kommentaren ich würde ich begrüße es hier bis dahin neue europa ciao ciao